Weißt du, was machen wir in dieser Dunja? Weißt du was, Dunja, Bruder? Wie ein Fleck von Honig, ein großer Fleck von Honig, das ist die Dunja. Kommt eine Mücke und die nimmt von diesem Fleck nur von vorne ein bisschen, die ist satt, fliegt sie weg. Super zufrieden. Zweites Mal gleich, drittes Mal, aber diese Fliege wollte immer mehr haben. Was macht sie? Geht sie mit dem Fleck drin und sie frisst, 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 sie will weg, geht gar nicht mehr. Es ist vorbei. Du klebst da. Und so kleben wir in der Dunja. Wallahi, Bruder, wallahi, diese Dunja ist nichts wert. Nichts wert. Unsere Probleme, wir müssen was tun für morgen. Und ich erinnere dich mit der letzten Äh, was sagte Allah? Und die guckt jede Seele, was hat sie für morgen vorbereitet. Und nochmal, und fürchtet ihr Allah, weil nicht Allah weiß alle, was ihr macht. Guck mal jetzt, Bruder. Allah gibt dir die Nasihat. Hör den Koran mit deinem Herz. Schwester, hör den Koran mit deinem Herz. Und seit ihr nicht wie diejenigen, die haben Allah vergessen, Allah hat die vergessen. Guck mal, Bruder, guck mal weiter. Die Bewohner von Hölle und die Bewohner von dem Paradies sind nicht gleich. Die Bewohner von dem Paradies, das sind die Gewinner, das sind die Feisun, das sind die erfolgreich. Guck mal, Bruder. Wie gewaltig ist dieser Koran, wie gewaltig ist die Wörter von Allah subhanahu wa ta'ala. Und wenn wir diesen Koran auf einen Berg herab gesandt hätten, du wirst diesen Berg in Demut gespaltet sehen. In Demut gespaltet. Der Koran auf einen Berg kommt, dieser Bergsteine wird in Demut gespaltet. Allah beschreibt, ein Berg wird gespaltet von Demut. So gewaltig ist der Koran es. Wenn wir diesen Koran auf die Gebäude verlegen, 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 dass wir diesen Koran auf die Gebäude verlegen. Und so ist ein Beispiel für Gott, für mich und für dich, mein lieber Bruder. Für mich und für dich, meine liebe Schwester. Warum ja Allah diese Beispiele? Vielleicht ihr denkt darüber nach. Vielleicht ihr das betrachtet. Vielleicht denkt darüber nach. Und solche Ayat, Bruder, die müssen uns kaputt machen. Solche Ayat, die müssen uns richtig zum Nachdenken führen. Die